Moin Leute ich bin Stalinus heute mit Noah unterwegs und ja wir sind heute hier in einem Wald und wir wollen hier an den Sprüngen bisschen was rumbasteln weil die sind auch nicht so gut und ja nachher kommt dann wahrscheinlich noch jemand so also wir haben jetzt eine Landung gebaut es ist schon gescheit weil wenn man jetzt nur so sieht das da ist der Absprung und das hier ist die Landung so also ich habe jetzt zu den Sprung noch mal ordentlich aufgebaut dann Noah hat hier noch mal die Spur ordentlich gebaut jetzt erkennt man es auch richtig und ja jetzt kann ich noch mal zeigen das ist der Sprung und das ist die Landung so erster Versuch so wir fahren jetzt mal auch mal eine Landung wenn es flat gibt ja wirklich alter ich bin voll drüber gesprungen ja ja Okay, let's go! Oh, Junge! Junge, wie krass! Moin! So Leute, wir haben jetzt noch eine richtig dumme Idee gehabt. Und zwar machen wir jetzt eine Long Jump Challenge. Der Lennart, der gerade hinter der Kamera steht. Der macht übrigens auch mit. Und ja, let's go! Wir schnicken jetzt aus, wie er anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Ah, Mann! Und Linus fährt an. So, jetzt mal gucken, wo er gelandet ist. Sora, sag mal. Ja. Ja. Noch kürzer. Ja, jetzt mal gucken. Ja. Ja. Ja, 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 ja. und der erste Platz ist Linus ok so Leute das war es vom Sprungbau und der Long Jump Challenge wir hoffen es hat euch gefallen wenn dem so ist lasst gerne ein Like und ein Abo da und ja bis zum nächsten Mal